Liebe künftige Studierende, ich heiße Sie herzlich willkommen an der Universität Duisburg-Essen. Sie interessieren sich für ein Studium im MINT-Bereich. Unsere MINT-Reduce-Kurse bereiten Sie optimal für den Übergang von der Schule an die Universität vor. Dazu freuen wir uns, dass Sie daran teilnehmen und ich beglückwünsche Sie, dass Sie sich auch an dieser Stelle für die Universität Duisburg-Essen entschieden haben. Der Besuch eines Vorkurses ist sinnvoll, nicht nur aus fachlichen Gründen, sondern auch, weil Sie bereits den Campus kennenlernen. Sie lernen, wo die Gebäude am Campus sind. Sie lernen Dozenten und Dozentinnen aus dem ersten Semester kennen. Sie lernen auch Tutoren und Tutorinnen aus den ersten Semestern kennen. Und generell lernen Sie einfach das universitäre Leben kennen, sodass Sie beim Einstieg in den ersten Semestern sofort wissen, okay, hier bin ich angekommen, so funktioniert das Ganze. In unseren Vorkursen erwarten Sie täglich neue Themen. Daher beginnt im Prinzip jeder Tag erstmal mit einer Vorlesung, in der nochmal die zentralen Aspekte des aktuellen Themas aufgegriffen werden, vertieft und wiederholt werden. Und nach einer gemütlichen Mittagspause in Mensa oder Cafeteria schließt sich dann eine Übungsphase an, in der eben diese Aspekte nochmal in kleinen Gruppen an konkreten Problemen und Aufgabenstellungen eingeübt und diskutiert werden sollen, sodass hier auch die Möglichkeit besteht, das, was man im Vorlesungsteil theoretisch mitbekommen hat, praktisch umzusetzen. Die Teilnahme an den Vorkursen hat viel gebracht, weil ihr zu Beginn des Studiums nicht direkt ins kalte Wasser geworfen werdet. Ihr könnt vorher noch ein paar fachliche Basics auffrischen und die Übungsleiter teilen viele persönliche Erfahrungen mit euch. Ja, ihr habt die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen. Es bilden sich so die ersten Lerngruppen, die ersten Gruppen für das erste oder für die nächsten Semester, mit denen man eigentlich was zusammen zu tun hat. Außerdem habt ihr den ersten Kontakt mit Leuten von der Uni, mit uns Tutoren und wir hoffen, wir vermitteln natürlich einen netten Eindruck. Sie sollten beachten, dass Sie alle Möglichkeiten wahrnehmen, in den Austausch zu treten und auch sich Rückmeldungen von den Dozierenden und den Tutorinnen und Tutorinnen einholen. Dann noch Kontakte knüpfen, das wäre sehr wichtig. Sie haben ja die Möglichkeit, eben zukünftige Kommilitoninnen und Kommilitonen kennenzulernen und gegebenenfalls auch schon Lerngruppen zu bilden. Und die Möglichkeit würde ich Ihnen auf jeden Fall nahelegen zu nutzen. Ich begrüße Sie im Namen der Fakultäten für Chemie, Ingenieurwissenschaften, Mathematik, Physik und Wirtschaftswissenschaften. Wir freuen uns, dass Sie an unserem Vorkursprogramm teilnehmen. Wir haben in den vergangenen Jahren ein vielfältiges Angebot entwickelt, das Sie beim Studienstart bestmöglich unterstützen sollen. Dabei sind uns neben fachlichen Inhalten auch das Kennenlernen der Universität und Ihrer künftigen Mitstudierenden wichtig. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Besuch der Vorkurse und einen erfolgreichen Start ins Studium. Vielen Dank.